Festtagsstimmung wie schon lange nicht mehr in Duisburg. Selten hat das Wedau-Stadion solch eine Stimmung miterlebt. Vielleicht war es 1963, als der Meidericher SV Gründungsmitglied der Bundesliga wurde ähnlich. Damals brägte Duisburg die Schlagzeile mit ihrem Trainer Rudi Gutendorf und seinen berühmten Abwehrregeln. Gedingungslos, praktisch wie eine Spirale sind wir jetzt zusammengepresst. Und schnell nach vorne, praktisch wie ein Panda oder ein Springer, der in die Hocke geht, sich zusammenduckt und dann mit allen Mitteln eben stürmt. In den 80er Jahren verlor das Revier endgültig seine wirtschaftliche und sportliche Attraktivität. 1982 erwischte es den MSV Duisburg, Abstieg in die zweite Liga, mit dabei die Duisburger Legende Bernhard Dietz. Warum kann der MSV auswärts nicht gewinnen? Wir sind lange und schnell, wir haben es gesehen. Warum ist das Spiel umgekippt? Wie sehen Sie das? Es war sogar der Anfang vom Sturz. 1986 Abstieg in die Amateurliga. Duisburg drohte das gleiche Schicksal wie manch anderem Ruhrverein. Doch 1989 kam der Umschwung beim MSV. Wieder Aufstieg zweite Liga gegen die Reinickendorfer Füchse. Seitdem heißt der Trainer Willibert Krämer, der innerhalb von zwei Jahren eine absolute Spitzenmannschaft in der zweiten Liga geformt hat. Und nun steht er auch noch vor der Rückkehr in die Bundesliga. Seine Mannschaft im gewohnten Zebra-Look gleich bemüht die Euphorie auch auf dem Platz umzusetzen. Evald Lienen, Patrick Notthoff der Kapitän, auf Michael Struckmann. Der sucht den anderen Michael, Michael Tönnies. Berlins Torhüter Gerke zum ersten Mal mit der richtigen Reaktion. In Wiederholung, Struckmann auf Tönnies. Er hat von 69 Duisburgern Toren bereits 28 erzielt. Willibert Krämer hatte seine Mannschaft vor den Berlinern gewarnt, zu Recht. Denn sie haben in den letzten 30 Spielen nur zweimal verloren. Und sie haben diesen Mann, sie haben Thomas Adler. Warum der MSV so sehr an diesem Mann interessiert ist, zeigt die achte Minute. Thomas Adler hat 21 Tore in der zweiten Liga erzielt. Er ist nach Michael Tönnies damit der treffsicherste in der zweiten Liga. Er sucht Defke, Torhüter Macherei mit Orientierungsschwierigkeiten. Noch einmal die feine Vorarbeit von Thomas Adler. Glück für den MSV. Nach 10 Minuten Duisburg besser auf die Berliner Konter eingestellt. Nordhoff, Steininger und Ewa Dienen. Roger Gerke ruhig und abgekürzt. Dann wurde Duisburg allzu lässig. Fehler, Macherei und Thomas Adler ein Zusammenprall. Der Schiedsrichter pfiff nicht. Er hätte mal lieber pfeifen, sondern es war faul vom Duisburger Torhüter. Doch die Versöhnung folgte schnell. 0 zu 0 zur Halbzeit und ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Ein prima Publikum hier, die Atmosphäre ist schön und verspricht sich ja vieles für die erste Liga. Kriegen Sie da nicht so ein bisschen Appetit wieder im Trainergeschäft, womöglich mit dem MSV irgendwann mal mitzumischen? Ja, ich meine schon, wenn man hier den Rasen sieht, die Zuschauer, das muss ich sagen, auch mal 43, es juckt in den Füßen. Man möchte am liebsten noch ein Trikot rüberziehen. Aber wir haben unsere Zeit genossen. Wir sollen es die Jungspieler machen und im bezahlten Fußball, ich will nie, nie sagen. Aber ich glaube, ich habe mir ein Ziel gesetzt, im Abiturbereich mit Jungspielern zu arbeiten und die vielleicht so auszubilden, dass sie vielleicht mal hier in der Bundesliga im Profibereich auftreten. Das ist auch eine schöne Arbeit. Zweite Halbzeit, Duisburg wieder entschlossener mit Mariotti, der für Dirk Bremser kam. Gerke mit einem Reflex und Michael Tarnatz. Da ging der Wald rüber. Torhüter Gerke wurde langsam zum Albtraum für den MSV. Duisburg jetzt eindeutig überlegen. Michael Tönnies, Struckmann, Holger Gerke wie eine Krake. Sicherlich einer der besten Torhüter der zweiten Liga. Einmal wurde es noch brenzlig für Duisburg. Bei diesem Freistoß, Macherei zu zögerlich, aber der Ball wischt am Pfosten vorbei. Sechs Minuten vor Schluss musste Schiedsrichter Mirs war eingreifend. Wie in den letzten Tagen schon üblich, säubten Tausende das Spielfeld. Von geortetem Spiel keine Rede mehr. Da war Berlins Rama wohl irritiert von der Masse. Michael Struckmann dazwischen. Michael Tönnies, 1 zu 0. Die Entscheidung in der 87. Minute. Und jetzt war kein Halten mehr. Der 29. Treffer von Michael Tönnies öffnet das Tor zur Bundesliga. Zehn Minuten Unterbrechung, zwei Minuten Spiel. Beim Abpfiff versanken die Spieler in einem Meer von Blau-Weiß. Und der Trainer, Willibert Krämer, suchte sofort die Ruhe der Kabine. Erste Stimmen eingefangen von Wolf-Dieter Poschmann. Als man sie nach Duisburg geholt hat, da haben alle gesagt, die sind verrückt. Aber jetzt haben sie zu den Leuten gehört, die mit dazu beigetragen haben, dass die Mannschaft erstklassig ist. Ja, ich glaube, da haben sie schon recht. Irgendwie Alter ist auch eine Sache von Erfahrung. Und ich irgendwo brauchte die Mannschaft Erfahrungswerte. Und ich glaube, die haben wir an und für sich mit reingebracht. Ob es jetzt ein Ewald ist oder Michael Tönnies oder meine Wenigkeit. Das hat einfach über die ganze Serie gezeigt, dass wir, wenn ja in Bremslin-Situationen war, auch irgendwo mal dann Ruhe haben, wieder einkehren lassen und den Ball auch mal ruhig hinten rumgespielt und irgendwie abgeklärt hat, die ganze Mannschaft war. Ewald Lien, ganz kurz. Das muss ja für Sie auch eine große Genugtuung sein, jetzt wieder in die erste Klasse zurückzukehren, wo Sie lange nicht mehr gespielt haben. Ja, was heißt Genugtuung? Das ist natürlich ein riesen sportlicher Erfolg für uns. Wir haben mit sieben oder acht Leuten der Mannschaft, die heute gespielt hat, in der Zusammensetzung schon in der Oberliga gespielt. Und da bin ich natürlich mächtig stolz drauf, dass wir das geschafft haben, hier in vier Jahren, jedenfalls in den vier Jahren, wo ich jetzt hier war, erst den Aufstieg in die zweite Liga zu schaffen und dann den Aufstieg in die erste Liga. Das ist natürlich ein tolles Erlebnis. Der Kapitän Patrick Notthoff mit kleinen Ladehemmungen. Aber dann war der Druck weg. Die Mannschaft feiert draußen. Sie haben sich ein bisschen zurückgezogen. Es ist so, dass ich unmittelbar nach dem Schlusspfiff in die Kabine gegangen bin. Ich glaube, dass man selber dann einige Minuten braucht. Und dann waren Kollegen vom Hörfunk da, die ich bedient habe. Jetzt bin ich bei Ihnen. Und ich werde mich jetzt so langsam unters Volk mischen. Wir werden die Stammmannschaft zusammenbehalten, ausnahmslos. Und werden die Mannschaft ganz gezielt weiter verstärken. Und hier sind uns ja auch schon drei Verpflichtungen gelungen. Wir werden jetzt noch für den Sturmbereich einen starken Mann holen. Haben Sie schon eine Idee, wen? Ja, wir haben mehrere im Auge. Sind allerdings da noch nicht sehr weit gekommen. Wir sind aber sicher, dass wir nicht zu den Abstiegskandidaten zählen werden. Alle Ergebnisse des letzten Spieltages der zweiten Bundesliga. Meppen, Hannover 1 zu 1. HWC Osnabrück 1 zu 5. Duisburg, Blauweiß 90 1 zu 0. Mannheim, Saarbrücken 1 zu 3. Schalke, Darmstadt 1 zu 0. Stuttgart, der Kickers, Essen 3 zu 0. Homburg, Fortuna, Köln 3 zu 2. Münster, Mainz 2 zu 3. Schweinfurt, Braunschweig 0 zu 0. Und Oldenburg, Freiburg 2 zu 2. Nachdem die Schalke und der MSV Duisburg den Sprung nach oben bereits geschafft haben, müssen die Stuttgarter Kickers am 19. und 23. Juni gegen den FC St. Pauli in die Relegation. Am Tabellenende waren Essen und Meppen auf die Hilfe der Darmstädter angewiesen, die durch ihre Niederlage in Gelsenkirchen das Abstiegsquartett anführen. innenafarben. ... ...